Ambrin Vor Bayern Korpion Vor Bayern Ost Und Oetschan hatte zum zweiten Mal keine Chance 2 zu 0 steht die Partie Und es sind genau 19 Minuten gespielt Hier noch einmal dieselbe Szene Korpion ausgespielt Willi Schulz weiß Und Oetschan durch die Beine so schien mir 2 zu 0 Und das